Mein persönliches Highlight im negativen Sinne, das war ein Fall, wo eine Agentur absolut alle Kunden mit den gleichen Anzeigen und gleichen Funnels ausgestattet hat. Und das war schon wirklich krass, weil da geht es echt nur mehr um eines, um schnelles Geld, einfach verdient auf Kosten der Kunden. Hallo bei einer neuen Folge von Talent Headquarter. Heute möchte ich gerne darauf eingehen, warum wir als eine der wenigen Social Recruiting Agenturen eine Erfolgsgarantie in Form von qualifizierten Bewerbungen geben und wie genau das im Detail aussieht. Und ich werde dir auch verraten, wieso das einigen Mitbewerbern sauer aufstößt. Social Recruiting Agenturen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Als Geschäftsführer oder HR-Leader bist du sicher schon mehrmals in Bezug auf diese Dienstleistungen kontaktiert worden. Und besonders in den letzten zwei bis drei Jahren sind diese Agenturen nur so hervorgesprossen, wie die Eierschwammeln im Wald nach sieben Tagen Regenwetter. Denn die Einstiegshürde ist sehr klein und viele wollen natürlich auf den fahrenden Zug aufspringen. Das Problem dabei ist, dass nicht jede Agentur die dringend benötigten Ergebnisse liefert und auch nicht das Verständnis und die Kapazitäten mitbringt, um einen Kunden wirklich zu betreuen. Eine Copy-Based Grafik und ein schneller Recruiting Funnel bringen meistens zwar viele schnelle Bewerbungen, aber eben nicht die Mitarbeiter, die man wirklich haben möchte. Und es geht nicht nur darum, Bewerbungen zu sammeln. Es geht darum, die richtigen Talente anzuziehen. Bei uns zum Beispiel steht Qualität im Mittelpunkt. Qualität in den Bewerbungen, Qualität im Prozess, Qualität natürlich auch im Ergebnis und das Ganze ist bei uns eben garantiert. Sehen wir uns mal unsere Erfolgsgarantie etwas genauer an. Ja, wir bieten eine Garantie für eine festgelegte Anzahl hochqualifizierter Bewerbungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Aber hier ist jetzt der Kniff. Du bestimmst die Kriterien für die Qualität. Wir sind bereit, unsere eigenen Maßstäben zu messen und wenn wir unser Ziel nicht erreichen, bieten wir eine 100% Geld-Zurück-Garantie auf die gesamte Investition. Und wir übernehmen das Risiko, weil wir von unserem Ansatz überzeugt sind. Du als Kunde trägst kein finanzielles Risiko. Das Ganze hat aber einen Haken. Wir geben diese Garantie nicht jedem Unternehmen. Wir schauen uns unsere Partner vorab ganz genau an, ob sie attraktive Arbeitgeber sind und ob die gesuchte Stelle in der relevanten Region auch realistisch zu besetzen ist. Bei 80% unserer Anfragen können wir diese Garantie geben. Wenn du wissen willst, ob das auch bei dir möglich ist, klick auf den Link in der Infobox und finde es in wenigen Minuten heraus. Zurück zur Garantie. Was ist die Grundlage dafür? Die Grundlage ist ein Team von Spezialisten, wobei jeder Experte auf seinem Gebiet ist. Wir haben Consultants, die die Kunden betreuen und das Projekt leiten. Wir haben Content Creator als Spezialisten, um Inhalte für die Zielgruppe zu produzieren. Wir haben Copywriter, die Texte und Headlines zielgenau auf die psychografischen Merkmale der potenziellen BewerberInnen abstimmen. Und wir haben Social Media Experten, die die Kampagnen auswerten und prüfen, ob die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Und ja, nicht alle Kampagnen funktionieren auf Anhieb. Wir wären auch Scharlatane, wenn wir Gegenteiliges behaupten würden. Bei einigen Kampagnen benötigt es zwei bis drei Wochen Einspielung und Optimierung, zum Beispiel der Texte oder der Social Media Anzeigen. Wir haben aber ein ganzes Auditorenteam, das bei neuen Kampagnen mehrmals wöchentlich die Kennzahlen checkt und auswertet. Und viele Mitbewerber können das gar nicht, denn sie haben nicht die Größe und die Ressourcen. Zudem arbeiten sie oft mit Multitalenten, die viele Dinge gleichzeitig machen. Und dabei kann keine Qualität entstehen. Und deswegen trauen sie sich auch keine Garantie zu geben, weil sie ganz genau wissen, dass sie viel zu oft draufzahlen würden. Bei vielen zählt nämlich die Devise Quantität statt Qualität. Und wir haben in den letzten Wochen einige Kunden von anderen Agenturen übernommen. Und wir haben Fälle erlebt, wo in kurzer Zeit 200 Bewerbungen erzielt wurden. Davon waren aber alle unbrauchbar. Und Schuld sind schlechte Texte, unpersönliche Ansprachen, Floskeln und so weiter. Und dann hat man nicht nur Geld für sinnlose Recruiting-Maßnahmen verbrannt, sondern man hat auch immense Kosten, um diese ganzen Bewerbungen zu sichten, zu kontaktieren und natürlich auch zu Gesprächen einzuladen. Und mein persönliches Highlight im negativen Sinne, das war ein Fall, wo eine Agentur absolut alle Kunden mit den gleichen Anzeigen und gleichen Funnels ausgestattet hat. Und das war schon wirklich krass, weil da geht es echt nur mehr um eines, um schnelles Geld. Einfach verdient auf Kosten der Kunden. Und unsere Garantie ist ein Versprechen für eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit. Nicht umsonst haben wir Stammkunden seit über acht Jahren. Und ein Signal an unsere Kunden, dass wir auf die Extrameile gehen. Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner auf dem Weg zu deinem Erfolg.